Hallo ihr Süßen! Ja, ich habe mir gedacht, ich schmeiße heute mal wieder die Kamera an und nehme euch ein bisschen mit. Und zwar hatte ich ja vom Action ganz viele Sachen selbst gekauft und bekommen, unter anderem dieses hier. Und ich habe jetzt Lust, das einfach mal ein bisschen für mich so zu basteln. Und ich werde die Kamera laufen lassen, werde hier so ein bisschen vor mich hin basteln, werde aber für euch Musik laufen lassen, damit ich hier ein bisschen ein Hörbuch hören kann. Weil ich nicht so genau weiß, was ich euch erzählen soll. Und ja, die Fragen, die es gab auf die Tea Time, das möchte ich dann in einem Tea Time Video machen. Und da es noch nicht ganz so viele Fragen waren, dachte ich mir, ich warte da noch ein bisschen mit. Vielleicht kommt die eine oder andere Frage noch. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde jetzt für euch Musik laufen lassen. Ihr könnt zuschauen, wie ich hier ein bisschen bastle. Und dann werde ich mich wahrscheinlich zum Ende nochmal melden. Bis später! Bis später! Bis später! Bis poi! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020